Hallo, ich bin heute mal wieder unterwegs. Heute werde ich mir mal diesen Rasenstreifen vornehmen. Der geht da hinten noch ein ganzes Stück weiter, da werde ich erstmal hochgehen. Ja, wollen wir mal schauen, was heute geht. Alles klar, bis gleich. So, erster Fund für heute. Schrott. Irgendein Flugteil oder so, würde ich mal behaupten. Naja, weiter geht's. Bis gleich. So, zweiter Fund. Auch wieder Schrott. Irgendein alter Stift. Alles klar, bis gleich. Und nächster Fund. Ein schöner Ring. Leider nicht aus Gold. Naja, was soll's. Okay, weiter geht's. Bis gleich. Na, was machen die denn da? Das gibt's ja wohl gar nicht. Ah, ich hab noch was gefunden. Ein U. Ich kaufe ein U. Tja, irgendwie ist heute Tag des Schrotts. Aber lässt sich nicht ändern, ne? Na, ich werd noch mal ein bisschen weiter gucken. Vielleicht bis gleich. So, ich hab doch tatsächlich nochmal ein anderes Signal als ein Eisensignal. Da werd ich nochmal schauen. Alles klar, bis gleich. So. Upsala. Ich hab's draußen. Noch mehr Schrott. Irgendwie eine Anhängevorrichtung oder irgendwie eine Schließvorrichtung oder sowas. Ach Mensch. Ich dachte, hier geht vielleicht nochmal eine Münze oder so. Aber anscheinend ist die eben nicht der Fall. Also, ich werd jetzt hier noch so ein klein bisschen rumlaufen. Und ansonsten fahr ich dann wieder. Alles klar. Vielleicht bis gleich. Ciao. So, da bin ich schon wieder. Ich hab nochmal einen fett Metallbolzen. Oh Mann. Schon 20 Kilo Eisenschrott im Rucksack. Naja. So. Und nochmal ein halber Ring. Naja. So, ich werd jetzt hier mal aufhören. Mal gucken. Vielleicht schaue ich noch woanders hin. Weiß ich noch nicht ganz genau. Muss ich mal gucken, wie das Wetter jetzt weitergeht. Weil es hat sich zugezogen. Ich guck mal. Alles klar. Bis gleich. Ciao. Scheine.